so liebe leute willkommen und wir sind ja auch schon beim letzten prospekte video angelangt von mir in diesem jahr nehme ich an außer es kommt noch was und zwar von bomax ja und ich finde auch dass das ein relativ interessantes prospekt ist dieses jahr ja da haben wir gleich auf der ersten seite deep impact eine batterie für 22 euro 9 für tissues dann ein interessantes raketensortiment starmix und zwar habe ich mir für 20 euro für 21 raketen und zwar ist das von pyrofactory und ich habe ja eigentlich von pyrofactory noch nie was wirklich gehört also bin ich gespannt wie die raketen sind das werde ich mir auf jeden fall kaufen dann geht es hier auf dieser seite weiter denn vorher hatten die ja richtig teure sachen also ich glaube von schickel ich will jetzt nicht keine ahnung so dann haben wir nämlich hier noch für 20 euro so ein riesiges familien dingens mit ja mit raketen und böllern wahrscheinlich und ja wunderkerzen sehe ich da auch ja bunter mix dann hier wieder raketen 9 teile 5 teile hier war das 30 euro dann 40 raketen für 40 euro auch wieder von pyrofactory also da ich bin recht gespannt auf die raketen muss ich sagen falls ihr da was wisst schreibt mir das in die kommentare ja dann hier so so ehemaliges oder so nachfahren der schweizer kracher dann so ein kindersortiment wespenest rockstar finde ich ganz cool für den preis dann dubai at night 15 euro 43 schussbatterie death welly 30 euro ich glaube das war es auch schon ja und für alle die so eine preisjäger karte haben ich sage das natürlich dazu habt ihr am mittag das blödsinn da habe ich nachgefragt und zwar ist es samstag der 27.12 bekommt ihr da minus 20 prozent auf feuerwerk wenn ihr diese karte dabei habt was ich echt geil finde also ja ich freue mich echt schon auf den artikel von baumaxern wenn ich sie dann zünde und ja viel spaß mit einkaufen und ciao